So, heute habe ich wieder ein kleines neues Video für euch und zwar etwas, das sehr schnell und sehr simpel zum Häkeln ist und doch ganz süß ausschaut. Ich dachte mir, ich zeige jetzt einfach mal eine Weißwurst-Bretze habe ich euch schon vor langer, langer Zeit mal gezeigt und jetzt wird es doch mal an der Zeit, dass eine Weißwurst dazu kommt. Ich blende euch mal ein, zwei Fotos ein oder beziehungsweise ihr habt sie schon gesehen, wie so ein Weißwurst-Teller mit Brezen aussehen kann. Ich finde, das ist total schön und in der Kinderküche oder im Kaufladen macht das schon was her, es schaut total niedlich aus und ja, wieso nicht? Mal wieder was Neues für die Kinder. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Es ist wirklich ganz einfach und total schnell nachgehäkelt und ja, dann fangen wir einfach mal an. Gut und los geht's. Also ich nehme die cremefarbene Wolle und häkle mit der Nadelstärke 3,0. Ich mache einen magischen Ring und in den mache ich sechs feste Maschen hinein. So, also eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, sechs feste Maschen. Magischen Ring zusammenziehen und ich häkle ganz normal in Runden weiter. Und zwar verdopple ich und zwar gehe ich von den sechs festen Maschen auf zwölf feste Maschen hoch und dazu einfach jede Maschen verdoppeln. So, einmal, zweimal, dreimal, also immer verdoppeln. Dann seid ihr von sechs festen Maschen auf zwölf feste Maschen. Probiert jetzt aus, ob euch die Dicke reicht. Ich finde, es ist wirklich sehr nah an der echten Weißwurst. Und das letzte Mal. So. Gut, dann bin ich von sechs festen Maschen auf zwölf feste Maschen hochgegangen und von den zwölf festen Maschen gehen wir noch einmal hoch auf 18 feste Maschen und dazu verdoppeln wir einfach jede zweite Masche und dann haben wir diese Dicke erreicht. Ziemlich genau von der echten, wirklichen Weißwurst. Probiert es aus. So, also, jede zweite verdoppeln. Also, eins, dann verdoppeln. Zwei und drei. Dann vier. Wieder verdoppeln. Fünf und sechs. Dann sieben. Wieder verdoppeln. Acht und neun. Dann zehn. Wieder verdoppeln. Elf und zwölf. Dann dreizehn. Dann wieder verdoppeln. Vierzehn. Fünfzehn. Dann sechzehn. Und das letzte Mal verdoppeln. Siebzehn und achtzehn. So. Und bei diesen 18 festen Maschen bleibe ich jetzt. Und zwar mache ich diese noch weitere 13 Mal. So entsteht eben diese Länge. Und, ähm, jo. Dann ist sie wurscht auch schon fast wieder fertig. Ich sage ja, dies ganz simpel zu machen. Also, ich mache jetzt diese 13 Reihen ohne euch. Das dauert sonst zu lang. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut. Die 13 Reihen sind fertig und das ist etwa so groß. Entscheidet selbst. Macht es einfach fertig und dann schaut ihr, ob euch die Größe passt oder nicht. Ähm, ich bleibe jetzt dabei. Und ich mache so, dass ich jetzt schon die Weißwurst mit ein bisschen Warte einfach mal ausstopfe. So. Macht nicht zu viel rein. So. Aber es schadet nicht, wenn schon mal ein bisschen was drinnen ist. Weil vor allem merkt ihr dann den Unterschied. So kommt es euch vielleicht etwas klein vor. Aber wenn ihr es dann, ähm, ausstopft, dann schaut es gleich wieder größer aus. Und dann seht ihr, dass das von, eigentlich von der Länge und von der Breite recht gut ist. Aber probiert es aus. So. Nicht zu sparsam sein. So. Ein Stückchen passt noch rein. So. Gut. Und, ähm, jetzt geht es eigentlich schon wieder. Ich stoppe das jetzt nach hinten. Nachher stopp. Drücke ich jetzt ein bisschen nach vorne. Da muss ich nicht mehr zu viel nachstopfen. So. Aber jetzt geht es von diesen 18 festen Maschen, geht es jetzt wieder runter. Und zwar auf, ähm, 12 feste Maschen. So. Dazu einfach wieder jede zweite Masche abgeben. So. So. Eins. Dann wieder abnehmen. Zwei. Drei. Dann wieder abnehmen. Vier. Dann fünf. Dann wieder abnehmen. Sechs. Sieben. Dann wieder abnehmen. Acht. Neun. Dann wieder abnehmen. Zehn. Elf. Und dann wieder abnehmen. Zwölf. So. Und wir sind auf zwölf feste Maschen runter. Wer möchte, kann theoretisch noch eine separate Reihe machen. Ähm. So. Aber ich gehe dann gleich auf sechs feste Maschen runter. Und, ähm, dazu nehme ich einfach jede Masche jetzt ab. So. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Jetzt habt ihr noch die letzte Möglichkeit, ähm, die Weißwurst auszustopfen. Das mache ich jetzt schnell. Und dann zeige ich euch, wie ich es zumache. Gut. Ich habe jetzt noch etwas Füllwarte nachgestopft. Und jetzt zumachen. Entweder ihr nehmt die Maschen einfach wieder jede Masche ab. Zweimal. Oder ihr macht das wie ich. Ich lasse mal eine Masche aus. Dann gehe in die nächste rein. Mach eine feste Masche. Und dann lasse ich wieder eine aus. Gehe in die nächste rein. Mach eine Kettmasche diesmal. Keine feste Masche, sondern Kettmasche. Und mache zu. So. Faden ein bisschen langziehen. Abschneiden. Sichern. Und die Wurst ist fertig. Da noch ein bisschen. Ich nenne es mal ausrollen. In den Händen ein bisschen ausrollen. Dass es förmige ausschaut. So. Also bei mir ist es jetzt wieder Handflächen groß. Das ist ideal für Kinderhände. Es ist nicht zu groß. Ich habe die Wurst hier schon mit einer Nadelstärke mit 3,5 gemacht. Dann war es so ein Stückchen größer. Mir persönlich hat es etwas besser gefallen. Weil es wirklich genauso groß war wie die echte Wurst. Den Kindern war es etwas zu groß. Und jetzt habe ich einfach die Version genommen. So. Aber gut. Jetzt werden die Fäden vernäht. Und dann zeige ich euch, wie ich die kleinen Kräuter hinein mache. Gut. Dann schnappt euch eure Nadel und Wolle in so einer Farbe so Grasgrün. So schaut es jetzt direkt aus. Ich finde, das trifft, was die Kräuter angeht, in der Weißwurst am besten hin. Da schneidet euch einfach mal ein bisschen was ab. Und dann ohne Plan, kreuz und ungefähr, einfach so kleine Striche rein machen. Also ich gehe jetzt einfach mal hier rein, zum Beispiel. So, ziehe den Faden mal durch. Lassen wir ein Stückchen über. So. Und dann gehe ich in dieselbe Stelle ein bis zweimal rein, je nachdem, wie dick ich es habe. Und beim zweiten Mal, wenn ich rein gehe, plane ich schon, okay, ich gehe dann hier wieder ein Stückchen weiter oben. So. Und da mache ich es jetzt einfach mal in die Richtung. So. Und gehe dann wieder zweimal rein. Und beim zweiten Mal gehe ich dann wieder hier unten. Also ich schaue nicht, dass alles so waagerecht ist oder senkrecht, sondern wirklich kreuz und quer. So schaut es natürlicher aus und ja. Wirkt echter, würde ich wieder sagen. Gut. Und das Ganze macht ihr einfach kreuz und quer durch die Wurst. Und wenn ihr fertig seid, dann habt ihr eure Weißwurst. So. Ich mache das jetzt mal fertig und zeige es euch am Schluss, wie es dann ausschaut. So. Okay. Solltet euch mal wie mir jetzt hier ein Spalt entstehen, kein Problem. Einfach nochmal reingehen. So. Und er ist weg. Gut. Gut. Ich mache das jetzt fertig und dann zeige ich euch, wie es dann aussieht. So. Die liebe Wurst ist fertig. Und wie ihr seht, kreuz und quer einfach mal reingestochen. Ähm. Ja. Dass die Kräuter sich einfach schön verteilt haben. Gut. Gut. Dann ist die Weißwurst soweit. Da mache ich euch unten einen Link dazu. Okay. Das war es dann schon wieder. Und für das nächste Video dachte ich mir, ich zeige euch entweder eine, vielleicht eine Laugenstange oder ein Corson. Ich weiß nicht, was euch lieber ist. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es mir schreiben. Und ansonsten, lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Gut. Dann, schönes Nachrichten und wir hören uns bald. Dann, schönes Nachrichten und wir hören uns bald wieder.